Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Es geht direkt weiter mit der Level-Suchen-Funktion. Schließlich müssen wir hier nicht skippen, sondern wir können uns einfach mal verwöhnen lassen. Hoch, hoch, hoch. Was ist denn das? Balloon? Super Mario World? Und dieses Level habe ich schon mal gespielt. So wie es aussieht, habe ich es nicht zu Ende gebracht, beziehungsweise es gepackt und geschafft. Ach, wisst ihr was? Wir spielen das Level jetzt einfach. Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Toadette! Natürlich. Was habt ihr denn gedacht? Mal gucken, ob ich jetzt sofort failen werde. Oh, das wäre eine Sensation, liebe Leute. Wenn ich jetzt nicht faile. Oh, da kommt schon ein Kugel, Willi. Das wäre ja richtig bitter. Gerade rede ich noch darüber. Mal schauen, ob ich das hinkriege. So wie es aussieht, muss ich in der Ballonform sein. Okidoki. Geh mal hinter die Müsse hier. Äh, aufpassen. Okay, schnell. Oh, super. Ah, Mist, die kommen wieder zurück. Schnell weg. Okay. Hoch. Oh, die Katzenpfote ist so cool. Katzen sind so coole Tiere. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal eine Katze haben werde. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich von Katzen umgeben bin, bin ich mega entspannt. Und außerdem sind sie voll schön. Oh, Katzen sind cool. Oh nein. Hier sind diese Kugel, Willi, Kollegen. Oh nee. Schnell weg. Ah, ich bin noch am Start. Oh, cool. Ich bin noch am Leben. Aha. Nein, ich sollte nicht wachen. Oh no. Das ist eklig. Das ist eklig. Da war ich zu langsam. Ich war zu zaghaft. Ohne Witz. Ich war richtig zaghaft. Okay, nochmal. Ich kriege das hin. Schnell abhauen. Da kommt Kugel, Willi. Nein. Ah, ich frage mich, ob ich die einfach mal hätte vorbeidüsen können. Why not? Oh, das ist doch richtig bitter. Weg, 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 weg. Oh nein. Nein, nein. Oh, wie cool. Ich dachte, ich lass mich erwischen. Ich dachte, ich lass mich original erwischen. Aber nein, Mann. Jetzt nicht. Ah, ich hab gefällt, ne? Korrekt. Ich dachte schon, irgendetwas läuft hier schief. Mist. Man darf nicht vor der Tür stehen bleiben. Ist ja logisch. Aber hier in der Ballonform und ganz besonders hier in so einer engen Passage macht das die komplette Lage ziemlich schwierig zu handeln. Oh no, ey. Oh no. Meinst du das ernst? Abhauen, 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 abhauen. Nein, warum? Nein, ich... Oh nee, ich... Kennt ihr das? Man vertippt sich beim Chatten. Ich hab mich eben vertippt beim Zocken. Oh no. Schnell, schnell, schnell. Mal gucken, ob das geht. Na klar, pass auf. Aber da kann man sich dann noch treffen lassen. Ja, okay. Ich hab hier ein... Ja, verrücktes Level für meine Verhältnisse erwischt. Aber... Oh, pass auf, Mann. Oh, wie cool, ey. So richtig auf Slow Motion. Oh nein, warum jetzt schon wieder? Ah, okay. Jetzt hab ich's. Genau. Einfach auf Y gedrückt halten. Dann passt das. Was, was? Okay, okay, okay. Jawohl. So, okay. Jetzt wird's wieder eklig. Oh nee, ey. Das ist doch voll... Ja, ich hab auf Y gedrückt. Aber ich war zu langsam. Mist. Wie kommt man auf so eine Idee? Die gefällt mir. Aber irgendwie steck ich hier fest. Ich sieh's hier in der Kleme. Ich steck in der Kleme. Was soll ich machen? Aufpassen. Ah, ah, okay. Ich krieg das hin. Ja, ich hab da schon einige Male hingekriegt. Ich hab da schon einige Male hingekriegt. Ja, also mein Name ist Kanchario. Ich komm aus Hamburg. Und ich liebe Mario. Toilette auch. Oh nein. Was hab ich gemacht? Keep it cool. Keep it cool. Keep it cool. Oh, pass mal auf. Ja. Aber jetzt hab ich die Melodie von Your Name im Kopf. Ja, heute in der Nacht. Als ich versucht hab zu schlafen, hab ich mir das die ganze Zeit angehört. die 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 ich habe die melodie gerade nicht rausgekriegt aber ihr wisst was ich meine oh man ist so cool wie schöne noch diese woche in der nächsten woche kann ich mich komplett ausruhen ich will mir richtig viele animais reinziehen richtig viele mini 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 will ich mir am besten dreimal reinziehen aber das musste so sein ja sag mal wie soll ich das denn machen das ist aber gemein wie soll ich das denn hinkriegen ja ich will ich mir noch mal dreimal reinziehen auf englisch deutsch und auf japanisch und ist silent voice in anime will ich mir auch noch mal reinziehen auf japanisch noch englisch okay die 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 ich habe jetzt die melodie die ganze zeit im kopf ach ja by the way das handy was der junge benutzt in dem anime ich habe dasselbe handy wo voll cool ich glaube ich weiß was ich machen könnte stimmt schnell nein nein das ist gemein ich habe den schlüssel gehabt ich habe den schüssel gehabt aber sowas von also wenn das so weitergeht weil ich schneiden doch 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 oder schaffe ich das zeitlich doch doch haut hin eigentlich oder ich weiß nicht also muss von 17 30 bis ane ich idiot bis 21 für 30 arbeiten ja mein problem ist in letzter zeit dass die videos voll lange das heißt mein problem ist halt so die videos bei mir auf dem channel die ich hochlade um versuche zu veröffentlichen werden ziemlich lang überprüft oder geprüft ziemlich lange nein ach so das geht auch so ich hätte auf y dann einfach drücken sollen von anfang an das level ist richtig schrecklich das level ist richtig schrecklich das geht das geht das geht jungen rein da rein da vielleicht brauche ich noch die ballonform die kanone nämlich mit meinte ich brauche ich brauche die ballonform ochne ochne und hier ist auch keine checkpoint fahren das ist richtig dirty oh nein aber gut jetzt weiß ich wenigstens wie das machen muss aber in letzter zeit konzentriere ich mich viel zu wenig irgendwie auf das was ich mache ich bin gedanklich so oft abwesend pass mal auf ok schnell runter schnell und nein ich habe echt keinen nerven mehr wieso habe ich mir dieses level ausgesucht warum nicht immer diese ausreden also ich weiß nicht das level will ich dennoch in dem part lassen weil ich kann mir gut vorstellen dass der ein oder andere voll bock auf so ein level hat es gibt doch einige von euch die solche level mögen indem man in der ballonform unterwegs ist ach man komm jetzt langsam langsam einmal wird das noch ausprobieren das ist wirklich nichts für mich aber das ist jetzt kein und das nicht machen nein egal ich mache das trotzdem das wäre jetzt komisch ich habe irgendwie habe ich so einen drang dass der wir zu beenden kennt ihr das plötzlich seid ihr in einem kampf und weiß nicht was ihr machen soll ich das machen soll ich das machen oder nicht so kann man auch ziemlich viele kalorien verbrennen ja entscheidungen zu treffen und ja auch energieaufwendig richtig dafür muss man ja auch ziemlich viel energie aufbringen oh nein oh nein warum ich habe gerade kein gefühl für das level das ist so nervig ich hätte aber demnach wenigstens ein teilchen geben sollen aber schönes level hat mir gefallen nur ich habe einfach kein gefühl dafür ja genau dafür das sieht auch verrückt aus aber ich habe keine ahnung ob ich das machen sollte das sieht ist aber wieso sind hier so verrückte level am start ich habe voll bock auf etwas gechilltes aber im schwierigen modus superbrot maker zwei bilder bot zu sail across the lower lake one piece dann ein dann da 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 war ein bs für die die größte schatz der welt oh ja man ich bin dabei super boot maker zwei wo das hat sich gemeint weiß wo ein block warum denn so habe ich mich eben gerade gefühlt oh nein wieso bin ich warum 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 bin ich so ich bin ein sehr sehr unkonzentrierter typ generell manchmal auch nicht manchmal schon wo ist das dein level fahren das von spaß das war cool das war cool das war cool ich frage mich ob ich hier diese kisten und machen muss ja ich brauche sie sag mal warte mal wie eklig meint ihr das jetzt ernst meint ihr das jetzt wirklich sag mal warte mal wieso versuche ich denn von daraus zu springen kann auch von hier aus springen das geht doch viel einfacher ach was die brauche ich jetzt alle anstatt dass ich sie einzeln hole mache ich den einfach ja cool ich kann ein bisschen denken logisches denken ist vorhanden jetzt gerade hey komm jetzt hallo weiter weiter ob man ey wann ist denn die nächste pause ich habe die schon seit anderthalb stunden ich möchte endlich raus ich habe bei den fünf minuten pause verdient ich kann nicht mehr tot kommen ist mein toilet jetzt bist du dran ich habe irgendwie das gefühl dass ich etwas komisches mache am ende komme ich dann nicht mehr rüber brauche ich alle und vielleicht auch nicht vielleicht auch nicht hier war doch fast vorhin na egal warte mal brauche ich wirklich alle wenn ich dass ich alle brauche und nicht dass sie hier gleich verschwinden nicht nicht mehr auf der rechten seite bin okay aber wie soll ich denn da oben ankommen hä oder soll ich das schräg aufbauen ist hier was ich meine na toll hä da war warte mal schon wieder so ein was ich nicht zu ende bringen kann oder wie was ist denn das wo ist denn mein boot ach ich bin ein vollidiot das boot muss sich selbst bauen ach sagt das doch gleich das boot muss sich selbst braun dann mache ich das kurz ach so auch mal ich bin so ein blitz merker das gibt es nicht ich muss das boot selbst bauen für mich gerade wie raffi absolut keine ahnung von dem was ich mache aber ich habe freude daran ich brauche mir jetzt ein schiff hä da waren doch noch kisten am start warum verschwinden die denn die idee ist so goldig man muss sich original ein schiff bauen voll cool richtig cool ich finde die idee so süß ich falle gleich ich bin gerührt und ein bisschen ein bisschen doch ein bisschen doch du schaffst das aber das gibt es doch gar nicht im original leben gerade versucht da oben anzukommen nehme ich hier solche ähm kisten auf stapeln auch näher ich bin so ein blender so let's go irgendwo da draußen ist das one piece irgendwo da draußen ist das one piece und ich werde es finden ich bin captain to dead okay okay pass mal auf aber wo sind denn die ganzen aber bloß okay alles klar bin ich in der kleinen form einer superform wäre das besser ja doch ich bin der superform ich konnte das gar nicht erkennen du bist auch so putzig okay so es geht weiter mann ey wieso habe ich das denn nicht die check sofort ich brauche manchmal wirklich etwas länger mit was zu begreifen aber wenn ich begriffen hat dann so richtig ich möchte hier sein bei meinen freunden ähm ja also wie soll ich sagen wie fühlt sich das gerade an das fühlt sich so an wie als ob man in der bahn wäre und es gibt gerade einige störungen weshalb man ziemlich langsam vorwärts kommt und dann gibt es keine sitzplätze manche halten sich an der stange fest manche geben einem das gefühl dass sie aus dem fenster raus gucken wollen aber in wirklichkeit werden sie gegen das fenster gequetscht ja so eng was macht ihr denn hier ich glaube ich sollte abhauen ey das ist doch nicht normal aber so kann man sich doch nicht treffen lassen das level kann ich nicht noch mal wiederholen ja toll jetzt habe ich den salat jetzt habe ich den salat okay eine venus feuer falle noch eine das level muss ich jetzt hinkriegen also noch mal wird zu viel und lass sie doch nicht treffen junge ach so so kann man das auch machen kumba wollte die attacke abwehren ich springe in die labe rein wie irgendwas mit passieren nein was willst du drache und nein dieser feuerball der beat ist so cool ich darf jetzt nicht verlieren wenn ich diese melodie höre dann werde ich so motiviert nein habt ihr das gesehen ich habe es überlebt komm schon er kriegt mich nicht ich krieg dich und nein nein okay okay und nein ich habe nur noch dieses stück nur noch ein prozent ich werde diesen ein prozent so beschützen wie als ob das 100 prozent wäre ich wünsche dass niemanden im echten leben nehmen das level kriegen wir zu ende ich bin ein idiot aber das hat das hat richtig weh getan im kopf wie kann man denn nur so stupid sein noch mal diesmal kriegen wir das denn hoffe ich hoffe ich hoffe oh man ey man ey okay komm komm jetzt lässt die motivation ein bisschen nach um ehrlich zu sein aber ich habe nicht mal ein level zu ende gebracht das gibt es doch gar nicht für mich so als ob ich besuch hätte und mein besuch amüsiert sich über meine lage na immerhin etwas okay das sollte reichen aber den pilz nehme ich auf jeden fall mit den pilz nehme ich auf jeden fall mit wobei wartet mal durch mir irgendwas aufbauen hier ich nehme die trotzdem mit ja ich nehme die trotzdem mit einige nehme ich trotzdem mit weiß ich warum vielleicht ist die idee gar nicht mal verkehrt vielleicht ist die idee gar nicht mal verkehrt liebe leute das man das man das mal gut sein hey ich mache das wirklich so ja raffi ist auch mal ganz vorne ich will er nie was hat er genau ich bin der zukünftige könig der piraten oder manchmal sagt er auch ich werde könig der piraten aber wie ist cool lava blub kopp 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 lava blub wir nicht richtig korrekt währenddessen schaue ich mir den hintergrund an so genüsslich aber schaut euch mal das schloss an und das tor richtig cool man aber im moment ist das ziemlich ruhig hier wo sind die gegner ah kugel willis und diese kombas ja im moment bin ich noch am chillen ja was soll ich denn sonst machen i have to wait i have to wait ich will das level zu ende bringen ich will das level zu ende bringen ein level will ich auf jeden fall zu ende bringen ach leute und wie geht es euch heute ist montag ach nebenbei new pokemon snap ist bei mir immer noch nicht angekommen voll cool auch wenn ich jetzt in den laden gehen würde so könnte ich das spiel nicht bekommen im laden ist das spiel auch noch nicht erhältlich was sollten das ich muss warten ja was soll's ich denke aber irgendwann in dieser woche was soll ich machen ich habe schon die rechnung ja das hat eigentlich nichts damit zu tun aber ich will das unbedingt haben und als plane ich habe mir auch dazu nichts angeschaut bisher ich habe mir nur etwas im internet artikelmäßig kurz etwas angeschaut gehabt aber eigentlich war das etwas was ich mir selbst denken konnte der nachfolger von dem m 64 teil und so fotos machen im moment habe ich mich noch nicht treffen lassen das ist schon mal gut so sehr gut wenn ich mich jetzt noch irgendwie von dieser pflanze treffen lasse dann war ein bisschen knapp dann läuft hier auf jeden fall irgendwas schief okay alles klar halbzeit oh nein oh nein oh nein ich reg mich jetzt nicht auf über dich aber du machst mich nervös und kugel wie sollte ich mich jetzt kümmern kein problem beim 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 im letzten part konnte man diese melodie auch einmal hören da war doch was nein das gibt's nicht das gibt's nicht und na toll okay ja man war das knapp ich glaube ich geh zurück wirklich ja okay okay noch noch ist alles okay liebe leute noch ist alles okay und richtig knapp dafür brauche ich nicht mal ultra instinkt wenn das ziel da vorne ist dann bin ich der glücklichste mensch der welt da sei wohl der pilz da sei wohl der pilz und hier ist das ziel ja nice ich habe das one piece gefunden hey to that zöpfe sehen aus wie pilze oh mediamarkt online shop abholbestätigung und rechnung aber alles klar oh heftig das spiel ist gerade angekommen ich habe gerade eine mail bekommen okidoki leute ich beende schnell den part ich gehe mal schnell zum mediamarkt und ich hoffe dass ich dann ja morgen also am 4.5 ein part zu beziehungsweise ein let's play part zu new pokemon snap auf meinem kanal veröffentlichen kann danke dass ihr da wart ich bin kurz in der stadt bis später leute